Eine gute Internetpräsenz in der Bestattungsbranche muss heutzutage direkt auf der Startseite natürlich ein Video haben. Videos sind unglaublich zeitgemäß. Die Menschen, die ein Video von 60 Sekunden anfangen, die gucken sich das auch an. Es ist viel einfacher, ein paar Sekunden lang bewegte Bilder, eventuell mit Kommentar, eventuell nur mit ein bisschen Musik, die ein paar Emotionen weckt, anzusehen, als irgendeiner Form einen Text zu lesen. Über ein Video erreichen wir ein besseres Suchmaschinen-Ranking. Wir erhöhen deutlich die Verweildauer der Besucher auf der Website. Ein Video können wir kostenlos bei YouTube einstellen und auf x anderen Plattformen auch noch. Erhöht sofort deutlich die Zugriffszahlen auf Ihrer Website. Ein Video kann man im Schaufenster laufen lassen. Ein Video kann man als Link an jede E-Mail dranhängen. Sie können ein Video Ihren Kooperationspartnern zur Verfügung stellen, das heißt Gärtner, Florist, Steinmetz etc., die auch alle eine Website haben, aber gar kein Video. Wenn die ihr Video auf der Website haben, erhöhen sich Zugriffszahlen auch wieder. Mit einem Video können wir die Menschen so direkt ansprechen wie mit keinem Text, auch nicht wie mit einem Bild. Ein Video ist heute ein Pflichtbestandteil einer erfolgreichen Website in der deutschen Bestattungsbranche.